Herzlich willkommen bei der IPC AG. Bei uns sind Sie mit dem Wunsch, auf Ihrem Weg weiterzukommen, garantiert an der richtigen Adresse. Seit 1994 unterstützen wir an der IPC Akademie für interaktives Lernen Menschen aus allen Berufs-, Sozial- und Altersgruppen, die sich fachlich und persönlich entfalten wollen. Wir bieten Weiterbildungen nach Maß für Einzelpersonen und Gruppen sowie für Firmen und Unternehmungen. Sie wollen in Ihrem Beruf weiterkommen oder sich mental weiterentwickeln? Sie wollen erfolgreicher kommunizieren oder sich in Zukunft optimal präsentieren? Sie suchen eine didaktisch-methodische Ausbildung? Oder Sie wollen die Kommunikation, das A und O der Unternehmenskultur in Ihrer Firma verbessern? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Dank dem Kurs habe ich Mut, Kraft und viel Vertrauen in mir. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so gut bin. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kurs, weil ich mich mehr vertrauen kann. Die IPC Akademie ist der ideale Bildungspartner. Wir geben Ihnen die richtigen Werkzeuge zur Hand. Neben dem theoretischen Wissen vermitteln wir auch die handlungsorientierte Umsetzung für die Praxis. Werden Sie aktiv. Beginnen Sie noch heute mit der Veränderung und Ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Wir zeigen Ihnen Ihr Potenzial sowie Kräfte und Talente auf, die in Ihnen schlummern. Wir fördern Sie, indem wir Sie fordern. Die Starken verstärken, lautet unsere Devise. Neues Erlernen und Erfahren ist unser Ziel. Was braucht es, um im Leben und im Beruf erfolgreich zu sein? Wissen ganz klar, Erfahrung ebenso und natürlich die Fähigkeit, das Wissen sowie die Erfahrung im Alltag einzusetzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Durchsetzungsvermögen, Durchhaltewillen und Diplomatie das Optimum aus sich herausholen. Unsere Lehrpersonen sind qualifizierte Fachleute. Dadurch wird Ihre Weiterbildung an der IPC-Akademie für Sie erfolgreich. Die Ausbildung zum Diplomierten Mentalcoach war für mich eine sehr grosse Bereicherung. Einerseits im persönlichen Bereich, andererseits kann ich es sehr gut einsetzen im beruflichen Bereich. Mit dem SWEP habe ich da zusätzlich zu meinem Diplom ein Zertifikat, damit ich die Sicherheit habe und auch die Möglichkeit habe, professionelle Seminare auszuschreiben. Für mich ist es etwas vom Besten, was ich je gemacht habe. Es hat mich und auch schon ganz viele andere Menschen weitergebracht im Leben.